Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meiner Custom Map Server wie auch immer Badlands. Mit am Start sind auf jeden Fall auch noch andere Leute, allerdings Leute seht ihr gerade richtig, ja ich habe eine Reaver gefunden. Einen schöneren Start zu einer Folge kann man doch kaum haben. Oh mein Gott. Mega nice. Oh, sie ist so schön golden. Okay, eigentlich will ich jetzt weg hier und gar nicht mehr spielen. Oh mein Gott, nein. Einfach eine Reaver. Okay, so kann es die Folge gerne weitergehen. Holy Shit. Looten wir erstmal auf jeden Fall noch die Zelte und gucken was wir sonst noch so finden. Aber das ist schon mal ein recht netter Anfang. Jetzt habe ich auch noch ein Pistols Chalet gefunden. Damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Heute scheint mein Tag zu werden. Was ist los? Jetzt kriege ich hier auch noch meine schwarze Lieblings-Militärjacke. Okay. Heute ist mein Tag. Okay, die... Ja, kommen die nämlich trotzdem noch mit, auch wenn ich die jetzt nicht mehr brauche. Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass. Läuft. Shit. Eigentlich wollte ich nicht mehr so gierig sein. Ah, da ist noch ein Flugzeug abgestürzt. Ich muss gucken. Auch wenn das eine riesen Falle ist. Weil ich hier richtig offen bin. Aber ich muss gucken. Ich muss einfach gucken, ob hier was Gutes ist. Eine AWP. Shit. Die muss mit. Oh mein Gott. Todes Loot. Oh shit. Freunde, ich muss auf jeden Fall weg. Ich brauche mir nie wieder um Sniper-Money Sorgen machen. Holy shit. Und das war noch nicht alles. Brauche ich nur das? Oh yeah, geil. Hier war doch jemand. Shit, hier war jemand. Okay, ich muss hier weg. Ich muss jetzt hier eindeutig weg. Shit, 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 shit. Ja, Freunde. Zwischen dem letzten Cut und dem jetzigen Cut liegen ein paar Stunden. Es war ein Server-Restart und ein kleines Server-Update. Ja, und zwar gibt es jetzt auch auf dem Mika HD-Server ab jetzt die Scar H und eine M4 zu finden. Also Freunde, checkt einfach mal aus, wenn ihr rumlauft. Haltet die Augen offen. Und mit viel Glück findet ihr auf jeden Fall auch eine Scar oder eine M4. Ich will in Zukunft auch noch mehr neue Waffen einfügen. Ich habe auch einen Server schon gesehen, wo es eine richtig gute G36 gab. Und das Video habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Habe ich auf jeden Fall hochgeladen. Und auch da will ich in Richtung gucken, dass wir noch mehr machen. Dass es auf jeden Fall immer mehr neue Waffen gibt, die nichts mehr mit dem Spiel selbst zu tun haben. Und die es so noch gar nicht geben würde. Dass es einfach wieder ein bisschen cooler ist und neuer ist zum Zocken. Und man einfach, ja, das Interesse trotzdem noch behält. So, die brauche ich nicht. Okay, weiter geht's. Oh mein Gott, hier ist jemand. Hier ist jemand. Das Auto ist benutzt. Einfach reinpushen. Oh oh. Oh oh. Nein. Okay, wo bist du? wo bist du aber krass warum steht das auto dann da ein komplett fettiges auto oder hier hat sich auf jeden fall jemand ausgelockt die klaue ich auf jeden fall krass ok kurzer schockmoment auf jeden fall ok wir haben hier ein kleines problemchen bekommen mit einem kleinen schnee blizzard es ist unnormal der sturm ich ziehe mich jetzt erstmal ein kleines bisschen in gebäude zurück bis der sturm ja vorbei ist weil man sieht absolut gar nichts und es ist unnormal kalt was haben wir denn hier nehmen wir alles ok irgendwo rein oh mein gott was ein schneesturm shit hier ist irgendwo jemand ich habe gerade irgendwo jemanden gesehen shit 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 wo 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 bist du oh na ok nice ich habe ihn null prozent gesehen shit ok ich bin gerade wieder eingestiegen ich sortiere jetzt schnell und versuche nochmal zurück zu meiner leiche zu gehen vielleicht schaffe ich es rechtzeitig da zu sein und mir die reaver wieder zu holen wo bin ich äh ja doch wir sind gar nicht so weit weg das könnte auf jeden fall klappen let's go ok ich bin auf jeden fall wieder im gebiet ab jetzt heißt es augen aufhalten hier könnte er auf jeden fall sein jimbo gib mir meine waffe wieder ok ich muss auf jeden fall um die ecke und ab da heißt es auf jeden fall augen aufhalten hier könnte er auf jeden fall sein ich bin mir nicht ganz sicher ob er immer noch an meiner leiche ist oder ob er schon weiter gezogen ist ich denke nicht dass er noch da ist aber ich will doch nicht zu laut sein da hinten wo in etwa wo es brennt da ist es nein ok wo steckst du jimbo wo bist du ok ich bin jetzt einmal außenrum ich bin jetzt fast da so hier hinter dem haufen ist es oh shit jimbo willst du hier oh gott irgendwo da links war der scheiße scheiße da liege ich noch da liegt die reaver der hat die reaver nicht mitgenommen oh mein gott einfach nur die reaver und einmal abchecken mein outfit ist eigentlich auch noch am start gönnung ok was 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 da ist oh da ist er da ist er da sah ok ist süß. Okay, nice. Ich hab die Reaver wieder. Oh mein Gott. Jetzt kurz hier alles auffluten. Oh mein Gott. Holy shit. Das war krass. Oh mein Gott. Okay, wo ist halt da alles? Oh. Nimm ich. Nice. Okay, nimm ich, nimm ich. Nimm ich. Äh, nimm ich. Äh. Joa. Okay, Abgang. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh mein Gott. Yes. Reaver ist wieder da. Zurück ergaunert. So leicht nicht. Oh ja. Komm zum Papa. Okay. Jetzt muss ich auf jeden Fall aber weg hier. Hier könnte auf jeden Fall jemand in der Nähe sein. Das waren viele Schüsse. Okay, hier war grad wieder ein Schuss. Richtig nah. Ich weiß nichtmals, ob der auf mich war, aber es war richtig nah. Holy shit. Ich glaube von links, aber ich kann's nicht genau deuten. Und jetzt schreibt mir auch noch jemand auf Steam. Nein, auf gar keinen Fall. Ich hab keine Zeit. Irgendwo hier war grad ein Schuss. Irgendwo hier war grad ein Schuss. Ich sag ja, wir waren auf der... Oh fuck, ist das nah. Irgendwo hier geradeaus links drüber. Okay. Das kehre ich einfach. No risk, no fun. Irgendwo hier. Irgendwo von hier kam der Schuss. Oh shit. Ist hier jemand? Oh mein Gott. Irgendwo hier war jemand. Irgendwo hier. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber irgendwo von hier kam auf jeden Fall der Schuss. Von links vorne und richtig nah. Der könnte hier überall an jedem Baum hocken. Oh verdammt, oh verdammt, oh. Nein. Da hinten rennt er. Da hinten ist er gerannt. Ich hab ihn rennen sehen. Okay, irgendwo da unten. Irgendwo da unten ist er. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich hab ihn gerade... Oh shit. Ich hab ihn gerade noch gesehen. Da ist richtig nah. Wo bist du? Wo bist du? Oh mein Gott, wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Oben drauf. Ich glaub hier oben links. Oh shit. Hier oben links, glaub ich. Hier komm ich nicht hoch. Okay, dann geh ich einmal rum. Oh mein Gott. Auch die Viecher kommen auf den. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Komm her, du. Du kriegst rechten Headshot. Oh shit. Warum ist da noch Rapid Modus eingestellt? Nein, 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 nein. Mach doch nicht so mit mir. Da ist er. Zack. Alles klar. Oh, 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 oh. Leggy. Okay, ich hab ihn. Okay, der ist hin und her gelegt. Den haben wir. Huhu. Okay, kurz durchatmen. Ganz ruhig. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Okay, ist da noch einer? Egal, einmal kurz gucken. Okay, Verbände nehme ich. Die Sneaker nehme ich auch noch mit, mein Freund. Jetzt ist mein Outfit auf jeden Fall fresher. Okay, Abgang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Danke, mein Freund. Danke. Oh mein Gott. Danke. Danke. Vielen Dank.